Hi, ich grüße euch zu einem neuen Video, Teil 2 der Dschungel-Expedition hier in Spanien. Im ersten Teil dieser Videoreihe, ich blende euch hier oben mal den Link ein, haben wir einen sehr tiefen Flussabschnitt behandelt mit Fechtbojen-Auslegern. Eine ganz spannende Fischerei war das, da konnten wir einen riesigen Fisch fangen. Dieser Fisch hatte eine Länge von 2,53 Meter, bis jetzt der längste Waller der Tour. Und jetzt sind wir auf diesem Gewässersystem relativ weit nach oben gemovt. Wir haben einen Platzwechsel gemacht, sind jetzt in einen ganz, ganz flachen Bereich dieses Gewässers gefahren, mit der Hoffnung, auf der einen Seite diesem nervigen Treibkraut zu entgehen. Wenn oben das Wehr aufmacht und gut Wasser vom oberen Stausee durchdrückt, reißen riesige Krautfelder ab. Und die kommen dann natürlich auf uns zu, treiben hier den Fluss runter und sammeln sich in unseren Bohlenmontagen. Wir sind jetzt ganz hoch gefahren an den Ursprung. Wir sind jetzt ganz hoch gefahren. Hier ist das Wasser deutlich flacher. Riesige Krautfelder säumen den Fluss. In dem Kraut versteckt sich einiges an Futterfisch. Und die Waller natürlich sind da nicht weit, die werden auch direkt dahinter stehen. Hier seht ihr das ein bisschen, eine ganz, ganz spannende Angelsituation. Ein ganz anderes Angeln erwartet uns hier. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Ich werde mir jetzt mal die ersten Steine für meine Bojen-Systeme suchen. Ich möchte meine Montagen direkt hier in diesen Krautlücken anbieten. Die Köder direkt an der Krautkante oder in Löchern in den Krautfeldern präsentieren. So viel zu der Fischerei, die uns erwarten wird. Und wir befinden uns ja jetzt mit Video Teil 2 immer noch mitten im Gewinnspiel. Alles, was ihr machen müsst, um diese Buben F5 Lampe hier gewinnen zu können, schätzt die Gesamtzahl der gefangenen Fische von Video Teil 1 und Video Teil 2. Und der erste aufmerksame Zuschauer, der die richtige Anzahl in den Videokommentaren unten postet, entweder durch Glück oder weil er beide Filme rasend schnell durchgeschaut hat, der gewinnt von mir diese Lampen. Cooles Teil für Angler und Outdoor-Liebhaber, kann man überall gebrauchen. So, ich werde mir jetzt ein paar Steine am Ufer suchen, die Kartoffelsäcke befüllen. Das sind ganz praktische Hilfsmittel hier beim Angeln mit diesen Bojen-Systemen, denn wir können mehrere kleine Steine zu einem großen Gewicht zusammenfügen, in den Sack rein, als Grundgewicht für die Bojen nutzen. Und wenn die Fischerei beendet wird, wird einfach an diesem Sack hier mal ordentlich gerissen oder mit dem Boot dagegen gefahren, dann reißt der unter Wasser auf. Die Steine kommen zurück in den Fluss und unser Müll geht mit nach Hause. Auf geht's! Steine in dieser Größenordnung findet man hier überall am Flussufer und eine ordentliche Menge davon ergeben dann auch ein ordentliches Gewicht, was meine Buje sicher und haltbar in den Krautlücken halten wird. Wenn ihr hier die falschen Routenhalter habt, dann habt ihr verloren. Und mit dem Edelstahl-Blackhead-Routenhalter, die haut an jedem Felsen. Perfekt! Ihr könnt ja ganz deutlich erkennen, wie diese Krautfahnen nach oben kommen, teilweise bis ein Meter unter die Oberfläche. Im nächsten Moment geht es wieder runter auf drei Meter, also ganz, ganz verrücktes Angeln. Und genau hier rein kommt unsere Buje, der ist ja perfekt versteckt. Guck mal, da ist schon ein Karpfen da drüben großer. Seht ihr den? Da drin ist ein riesen Karpfen. Seht ihr den? Guck mal, da ist er drin, jetzt kommt er raus. Da kommt er. Guck mal dieses Ding an. Hu, hu. Hier, alles voll mit Rotaugen. Seht ihr das da unten? Da kommt der Nächste. Das geht hier richtig vorwärts im Grasland. Alles voll Fisch in diesen Lücken. Da vorne ist ein Karpfen drin. Seht ihr ihn da vorne? Ja, und da ist halt der Waller nicht weit. Und wir müssen es jetzt schaffen, unsere Köder möglichst lange krautfrei in diesen kleinen Lücken hier zu präsentieren. Denn da werden sie hinkommen zum Fressen. Ihr seht unter diesen Krautfahnen richtig den Schatten. Das dunkle Licht ist hier im Wasser. Und das suchen die Fische bei der krassen Sonneneinstrahlung. Und genau hier werden wir, das gesehen, boom, hier knallt es richtig im Grasland. Und genau hier werden wir unsere Boje präsentieren. Den Köder an die Kante setzen. So, ich fixiere jetzt als erstes hier meinen Kartoffelsack mit den Steinen. Das wird jetzt schön hier in der Krautlücke gesteckt. Seht ihr jetzt schon, wie sich schön die Schnur zur Boje in den Krautfahnen einfügt. Gut einen Meter fuchzig raus. Die Boje fixiert. So, und jetzt habe ich hier schon einen Ausleger vorbereitet. Leichte Ausleger. Jetzt fahren wir langsam vom Bojenpunkt nach außen. Und suchen uns den perfekten Platz, wo wir eine kleine Krautlücke haben. Und dort kommt der Köder hin. Und es ist so heiß. Unglaublich. Es gibt ja viele Reviere auf der Welt, wo diese Sommerzeit nicht gerade die beste Zeit ist zum Welsangeln. Auch mein Lieblingsrevier mit in Italien. Sommer sehr, sehr schwierig. Kann sehr, sehr zäh sein. Aber hier in Spanien, da ist Sommerangeln. Kann Sommerangeln. Wirklich gut funktionieren. So, hier kommt jetzt die erste Krautkante. Ihr seht das schön. Kleines Krautloch. Der nächste Krauthügel. Flaches Wasser. Die rote Schnur, die hier eben ablaufen, gesehen hat, ist die Schlagschnur ganz, ganz wichtig bei der Fischerei hier. Wir nutzen hier die Zeussleit in der 80er Stärke. Denn in diesen Krautlücken sind überall auch Felsen, Muschelfelder am Kraut entlang. Also da ballert ihr euch auch schnell eine Qualitätsschnur durch. Ihr werdet auf jeden Fall Krautkontakt bekommen im Drill. Der Waller flüchtet da rein, der schießt da durch, um Schutz zu suchen. Schlagschnur also, drei, vier Routenlängen hier, absolut empfehlenswert. Schlagschnur. 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 richtig spannung auf die route damit der selbsttageffekt gewährleistet wird die 38er mono hält super den druck also viele angler machen den fehler angeln viel zu stark dann kriegt ihr das nicht mehr abgeschlagen im hintergrund gesehen wieder der karpfen der hochgekommen ist und manche machen auch den fehler die angeln zu leicht und dann platzt es gleich weg wir müssen auch damit hier rechnen dass sich kraut in der montage sammelt das wind kommt dass eine welle kommt aber mit einer 38er sind wir sehr gut bedient schön druck drauf bremsen zu und später im drill die bremse danach stellen je nachdem was der fisch macht aber erst mal alarm hier vom ufer von der krautkante wegziehen aus den krautlöchern versuchen zu befreien und dann beginnt der drill von einem freien wasser der aktuelle film wird von folgenden angelläden präsentiert hier bekommt ihr alle brandneuen produkte ein super preis leistungsverhältnis und eine fachmännische beratung ich bin mal gespannt wie lange die libelle dann noch auf der ruhe unglaublich unglaublich eben die libelle noch ganz entspannt auf der rutenspitze gesessen und im nächsten moment geht das ding ab machen wir die glocke ab also in krautnähe geht es rund im sommer das bringt die mama ja jungs und mädels das gehört dazu kommt auch ab und an kleiner vorbei aber das zeigt dass die montage das system perfekt funktioniert es muss man im kleinen fisch mit einem kleineren maul perfekt haken und bei einem großen wels mit einem riesen maul auch der haken seinen platz finden und alles halten weiter geht es im kraut geht es rund ist dicht am kraut geparkt der nächste einschlag tageslicht wieder jetzt sammeln sich die baller in raut suchen da schutz und natürlich auch futter und da holen wir sie ab was hast du gesagt ist ein kleiner möglicherweise Das hältst du fast aus dem Boot? Möglicherweise. Was ist denn beim Schwitzen so? Wormis. 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 Wahnsinn. Ganz wichtig im Sommer, nasse Matte ins Boot legen. Wormis. 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 Kleine Schwimmer kommen zum Einsatz, kleine leichte Pleie, wir angeln ja nicht tief. 38er Reißleine reicht aus. Kleine auffällige Ausleger, dass wir schnell die Montage auch bei Dunkelheit wiederfinden. Jetzt versuchen wir den Köder direkt in die Krautlücke reinzusetzen. Ich stelle mir hier draußen in aller Ruhe die Tiefe ein. Wir haben eine Wassertiefe von vier Metern hier, dazu zweieinhalb Meter tief angeln. Wenn ihr die Tiefe gefunden habt, einfacher Schlag über das Rücklicht. So, zieht es an die Montage ran. Und ganz wichtig ist jetzt unter Spannung zu eurem Angelplatz zurückzufahren. Also nicht einfach die ganze Schnur loslassen und losfahren, dann schafft es der Köder unten. Wir angeln sehr nah am Grau, sehr nah an den Hindernissen, ins Kraut reinzuschießen und dann ist er unfängig. Also schön unter Druck die Schnur halten und dann auf direktem Weg zum Angelplatz und gut Spannung auf die Route bringen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wirucken jetzt mal. ...schön Druck halten, Druck erhalten. Sehen wir, oder? Ich glaube. Na? Nee, der ist alles unter Wasser, der zieht da rüber an den Zaun. Das ist der Frühreinballers. Wenn wir den Hindernissen hier angeln, dann ist es nicht auf die Füße. Ja. Ja, sehr gut. Das ist ein guter Fisch. Das ist ein guter Fisch. So. Ohohoho. Ja. Ja. Das ist ein guter Fisch. Voll reingepadert in die Paltrolle. Vielleicht der erste 2 Plus. Ja. Wie lange haben wir geangelt? 5 oder 10 Minuten, ich weiß es nicht genau. Aber länger nicht. Wow. So, jetzt sind wir über den Fisch. Ja. So. 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 muss ich auf den rennen irgendwo unter dem gras ist ein maul eines zwei meter wallers versteckt das ist kein schlechter kein schlechter fisch kein schlechter fisch hier wichtiges ding gell 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 Zehn Minuten! Zehn Minuten lag die Ruhe auf dem Spot. Guckt euch den Fisch an. Was ist denn das, bitte? Ja, es ist aber ein Wahnsinnsstart. Unverstöber. Das ist grad nimmer egal, ja? Achtung. Das ist mir nimmer egal. Schaut mal das Gerät an. Zehn Minuten. Absoluter Wahnsinn. Zusammen mit meinen Freunden aus Steyr. Wir haben schon viele verrückte Sachen erlebt. Heute früh saßen sie noch im Flieger. Und jetzt haben wir einen 250 Plus hier in der Hand und sitzen im Teich. Petri Heil. Petri, danke. Gerne drühe. Schön. Petri, danke. Mega. Danke Stefan. Für deine tolle Unterstützung wieder, dass du sowas ermöglicht. Einfach ein Traumerlebnis, wie immer. Richtig cool. Das ist absolut unglaublich. Absolut unglaublich. Zehn, fuchzehn, sagen wir mal 20 Minuten lag die Route. 20 Minuten lag die Route. Bumm, krumm. Ja, 2,50 Marke. Wieder gefallen. Am helllichten Tag. Unglaublich. Hier seht ihr das Fanggerät. Die neue Cat Extreme 10,5er. 55er S-Line. Und die Battle Cat XH Extreme Heavy. Für Long Range Fishing und dicke Fische. Hier in Spanien. 3,20 Meter Länge. Geile Route. Ich nutze hier in diesem Krautschungel eine ganz, ganz flache Köderpräsentation. Kleine, leichte Ausleger. Eine lange Entfernung von der Boje bis zu unserem Auslegepunkt. Wo die Reißleine dann auf die Montage trifft. Damit ich schön unauffällig angeln kann. Aber hier in diesen Krautlütten können wir unsere Bojenmontagen auch ganz perfekt verstecken. Die Boje setze ich mitten in einen starken Krautbewuchs rein. Da ist das Bojenseil, was zum Grund geht für den Wels komplett unauffällig. Und gehe dann mit meinem Ausleger langsam nach außen, bis ich eine krautfreie Stelle finde. Ein Loch in diesem Krautschungel hier. Und dort kommen kurze Vorfächer mit leichten Frontzone-Bleien zum Einsatz. Um die Köder zu präsentieren. Also wir angeln hier teilweise ganz knapp unter der Oberfläche. Ganz knapp über dem Bodenkraut. Einige Montagen liegen draußen auf der Kante, wo der Krautgürtel aufhört. Und wir auf eine tiefere Rinne treffen. Da haben wir allerdings auch wieder das Problem, dass relativ viel Kraut hier durchdrückt. Durchstreibt, wenn es abreißt. Und da müssen wir permanent arbeiten. Montagen sauber machen, sauber machen, sauber machen. Aber wenn wir das durchziehen, alles immer schön sauber halten, werden wir auch bestimmt sehr sehr gutes Welsangen erleben. Nächster Bist. Nächster Bist. Nächster Bist Nächster Bist. Nächster Bist. Sie haben � Schiff mögeبnchen für Selbstbeschiff. Nächster Bist. NG ow肉 weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo erlebt man sowas? Wo erlebt man sowas? Strahlender Sonnenschein, 40 Grad, klares Wasser und krumme Ruten beim Welsangeln. Untertitelung des ZDF, 2020 Petri, junger Mann. Petri, danke. Ich setze hier zwei Montagen ein. Auf der einen Seite das Kombi. Habt ihr das gesehen? Der guckt mit dem Rücken raus, der Fisch. Da oben noch einer. Ich glaube, da sind die Karpfen jetzt schon wieder am Laichen. Es kommt ja hier öfters vor, dass zwei-, dreimal im Jahr geleicht wird oder auf jeden Fall das Laichverhalten an den Tag gelegt wird. Also hier kocht es richtig ein Krautgürtel da hinten. Habt ihr gesehen? Ein Fisch hochgekommen. Ja, zu den Montagen zurück. Ich setze zwei Montagensysteme ein. Einmal das Kombivorfach Einzelhaken Ghost Hook und in den richtig krautigen Stellen eine ganz spezielle Einzelhakenmontage. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und habe da was ganz Spannendes zusammengebaut. Und wie das genau aussieht und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt drüben am Ufer. So, kurze Mittagspause. Schön im Schatten abgeparkt. Ich muss jetzt mal schnell was trinken bzw. was essen. Also Y-Food ist bei diesen Touren hier im Sommer, wo man nicht jeden Tag die Möglichkeit hat, einkaufen zu gehen, sich kalte Lebensmittel zu holen, Eis besorgen und alles kühl zu halten, der absolut beste Begleiter. Denn es ist auch bei dieser Hitze haltbar, schmackhaft und mega lecker. Ich hatte euch ja versprochen, mein neues Vorfach hier mal vorzustellen im Detail. Einigen von euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass ich hier oben im Grasland eine Einzelhakenmontage im Einsatz habe mit einem Wirbel hintendran. Ähnlich aufgebaut wie die Haarmontage, nur der kleine Haltehaken am Köder fehlt in dem Fall und ich habe einen Wirbel montiert. Oben drüber sitzt ein starker Einzelhaken, Meter bis Meter 50 langes Vorfach und auf die Idee zu diesem System bin ich gekommen durch das ganze Treibkraut hier im Fluss. Je mehr Haken an einem Köder sitzen, desto mehr kleinste Krautpartikel, die im Wasser hier mittreiben, haben sich an diesem Köder und an den Haken dann auch festgesetzt und die Bissrate ist natürlich in den Keller gegangen. Deswegen habe ich mir überlegt, die Köder hier nur an einem großen Einzelhaken zu präsentieren. Dadurch sammle ich viel weniger Kraut und meiner Meinung nach kann der Köder auch viel natürlicher, viel unauffälliger in diesen Krautlücken an der Krautkante präsentiert werden. Im unteren Bereich, dieser Wirbel, hier wird mein Köder fixiert. Ich habe euch mal das mitgebracht, um euch zu zeigen, wie ich das mache. Wenn ich jetzt strömende Verhältnisse habe, das ist ein großer, einfacher Wirbel, wie ihr es kennt vom Hechtangeln oder vom Grundangeln, mit einem geraden Verschluss, unten mit einem geraden Karabiner. Ihr könnt eigentlich jeden anderen Wirbel auch benutzen, aber mir waren die Wirbel mit dem geraden Karabiner am einfachsten für die Köder-Montage. Wenn ich strömende Verhältnisse habe, habe ich diesen Wirbel durch die Nase des Köfis geführt, dann den Wirbel geschlossen und ihr habt eine ganz sichere Hakenpräsentation. In der stärkeren Strömung stellt sich jetzt die Karausche schön hinter den Einzelhaken. Die Waller hier greifen in den meisten Fällen, das erkennt ihr vom Haken-Sitz im Waller-Maul, ihre Beute vom Kopf her an. Und ein vernünftiger Fisch greift von vorne an und sitzt dann ganz vorne im vorderen Maulbereich an diesem Einzelhaken. Wenn die Strömung jetzt am Angelplatz nachlässt, durch die Aktivitäten oben am Schleusendamm oder ich einen Angelplatz hier befische, wo generell weniger Strömung ist, habe ich mit diesem System auch ganz einfach die Möglichkeit, die Karausche an einem anderen Punkt zu fixieren. Beispielsweise hier im hinteren Schwanzstück, im letzten Schwanzdrittel. Macht euch ein paar Schuppen hier weg. Zack, führt ihn durch, hier kommt er raus, klingt ihn wieder ein und habt jetzt eine ganz tolle Köderpräsentation für das Angeln in leichter Strömung bzw. stehenden Wasserverhältnissen. Die Karausche strebt immer zum Grund, der starke Einzelhaken hängt immer schön frei drüber. Ja, und der richtige Wels hängt perfekt. Ein System, viele Anköderungsmöglichkeiten. Ich habe das jetzt hier relativ lange getestet und probiert und bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Selbst kleinere Welser, habt ihr ja selber gesehen, hängen ganz perfekt im vorderen Maulbereich. Da war ich mir am Anfang nicht so sicher. Aber selbst Fische in dieser Größenordnung, 1,20m, 1,30m, hängen fast zu 100%. Also es ist eine ganz, ganz geringe Fehlbissrate. Fehlbisse können immer mal vorkommen beim Angeln. Aber dieses System mit dem versteiften Wirbel unten dran, absolut perfekt hier beim Angeln in diesen Krautlöchern an der Krautkante. Hier ist das System aus der Not heraus entstanden, um an meinem Köder möglichst wenig Krautfänge, also in dem Fall Haken, montiert zu haben, wo dieses Kraut sich aufhängen kann. Aber ich werde jetzt auch in Zukunft in anderen Revieren dieses System hier einsetzen, dieses System hier testen. Denn es hat hier bis jetzt hervorragend funktioniert. Und warum soll es dann nicht auch woanders seine Daseinsberechtigung haben? Ja, ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass ich hier unten, wenn ich den Wirbel etwas vergrößere, oder einen sogenannten Bait Holder einsetze. Also es gibt ja auch Wirbel, die haben einen größeren Bogen, wo ihr Blutegel, Tauwürmer, Kalamari einsetzen könnt. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das ganz, ganz einfach, schnell und effektiv nachbauen könnt, wenn ihr es selber mal probieren möchtet. Ihr braucht einen großen, starken Einzelhaken. Je nach Ködergröße setze ich auf den Black Hat Megahook 8-0 bis 10-0. Hier ist jetzt das große Modell, der 10-0. Dann ein monophiles Vorfach. Hier in Spanien setze ich auf die 1,3 mm Variante. In anderen Gebieten empfehle ich euch 1,2 mm starkes Mono. Hier setze ich auf dieses dicke Mono aufgrund der Angelbedingungen. Die Muscheln, die im Gras drin hängen, die Felsen, die zwischen den Krautkanten immer wieder hochkommen. Deswegen hier ein stärkeres Vorfach. Und bisher hat es auch der Fischerei überhaupt keine Nachteile gebracht. Ganz im Gegenteil. Ihr benötigt des Weiteren so einen starken, einfachen Wirbel, wo dann später euer Köder aufgehangen wird. Quetschhülsen. Zeige ich euch gleich, was wir damit machen. Eine Quetschhülsenzange. Und Gummitube. So, und jetzt fangen wir mal an. Ich ziehe mir jetzt hier mal gute 1,50 Meter von dem Vorfachmaterial runter. Wir haben ja immer ein bisschen Verschnitt dabei. Und schiebe jetzt als erstes eine Quetschhülse drauf. Die Quetschhülsen hier bekommt ihr bei mir in der Range. Die sind ausgelegt für Vorfächer von 1,2 bis 1,3 Millimeter. Schiebe ich aufs Vorfach drauf. Jetzt wird der Wirbel montiert. Und jetzt gehe ich mit dem Ende der Mono wieder durch die Quetschhülse hindurch. Überhaupt kein Problem. Ganz einfach. Und schiebe mir das Ganze zurück, dass die Öse zum Wirbel schön eng wird. So sieht dann das Ganze jetzt im Detail aus. Jetzt nehme ich meine Quetschhülsenzange. Im oberen Bereich haben wir hier 1,0 bis 1,5 Millimeter. Ich setze diese an, drücke die Zange leicht zusammen. Einmal, das reicht. Und schon ist mein Haltewirbel für den Köfi perfekt am Vorfach fixiert und immer noch schön beweglich. Das überstehende Ende wird ein kurzes Stück abgeschnitten. Und jetzt nehmt ihr euch ein Stück von eurem Gummi-Tube. Circa 5 Zentimeter. Und fädelt das von hinten auf euer Vorfach auf. Und schiebt das über den gequetschten Bereich. Ich mache das, damit ich möglichst wenig von dem Metall, von dem Geklapper hier im Wasser später habe. Viele vermuten ja, dass der Wels sehr stark auf Magnetismus reagiert. Und deswegen schiebe ich diesen Gummi jetzt hier, um das Ganze schön harmonisch zu gestalten und unauffällig zu präsentieren, jetzt hier über die Quetschung und über einen Teil des Wirbels drüber. Aber nur so weit, dass der Wirbel sich immer noch unten schön drehen kann. Das ist wichtig, wenn der Köder später im Wasser spielt. Wir dürfen hier in dem Revier lebende Köderfische, lebende Karauschen einsetzen. Damit es da keinen Tängel gibt, damit da nichts gegeneinander arbeiten kann, sondern der Köder schön frei drehen kann. Das ist auch wichtig, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Hause dieses System hier einsetzen möchtet und dann tote Köderfische in der Strömung benutzt. Wenn ihr irgendwann anfangt zu trudeln und ihr keine Drehmöglichkeit an eurem Köder habt, wirkt sich dieses Trudeln im Wasser auf euer Vorfach aus. Und alles kann sich nach oben hin auftrudeln. Und deswegen der drehende Bereich hier unten ganz, ganz wichtig. So, ein Großteil der Montage ist bereits fertig. Jetzt kommt der Einzelhaken zum Einsatz. Jetzt wird der Einzelhaken montiert. Das ist auch kein großes Hexenwerk. Da nutze ich den ganz normalen No-Nod-Knoten wie beim Karpfenangeln. Ihr geht mit dem Ende der Mono durch das Hakenöhr hindurch. Und ich schiebe das jetzt so weit nach oben, dass das Ende des Schlauchs in dem Bereich am Haken liegt, wo der Haken in die Biegung übergeht. Hier oben ist der Hakenschenkel relativ gerade. Hier geht er in die Biegung. Und genau hier fixiere ich das Ende des Schlauchs, was runter zum Haltewirbel führt. Gut, fixiere das vernünftig. Das Mono ist steifer, spröder als geflochtene Schnur, also halte das ordentlich. Ich mache das immer mit der linken Hand. Und wickele dann mit der rechten Hand das Mono fünfmal zurück um die eigene Achse. Schön eng anlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fixieren die Wicklung. Und jetzt das obere Ende wieder von hinten nach vorne zur Hakenspitze rausführen. Das Ganze zusammenziehen und ihr habt eine ganz sichere, knotenlose Verbindung der Mono auf eurem Einzelhaken. Hier sind unsere Mega-Hooks perfekt geeignet, denn die haben ein schönes, großes Öhr, in sich geschlossenes Öhr. Und ihr bekommt ohne viel Geworstel auch stärkere, monophile Schnüre da gut durchgeführt. So, ich ziehe das jetzt nochmal richtig schön zusammen. Und schneide mir jetzt wieder ein kleines Stückchen vom Gummischlauch ab, um diesen Bereich hier nochmal schön am Haken zu fixieren. Ich nutze die gleiche Stärke. In der Stärke 3x6 mm. Das Stück, was ich jetzt montiere, hat vielleicht 2-3 cm, also ganz, ganz kurz, nur oben, um die Wicklung zu sichern. Ich straffe das Ganze nochmal richtig vernünftig jetzt, dass das abgehende Ende zum Wirbel hier schön hinten am Hakenschenkel anliegt. Alles schön zusammenziehen. Ein bisschen anfeuchten. Und dann schiebe ich diesen Gummi hier drüber. Wenn es nicht gleich richtig rutscht, könnt ihr auch ein trockenes Stück Tuch oder jetzt in dem Fall, wie ich, mein Hemd benutzen. Die feuchten Finger jetzt hier in der Hitze sind natürlich nicht förderlich, aber es funktioniert super. Und schiebe den so weit drüber, diesen Gummi, dass oben das Hakenöhr schon leicht wieder frei wird. Denn so habt ihr die perfekten Hakeigenschaften. Ja, und schon ist euer Vorfach fertig. Ähnlich der Haarmontage. Von der Funktion her gleich der Haarmontage. Nur, dass in diesem Fall der hintere Bereich hier komplett steif ist. Und ihr zum Anködern einen Wirbel habt, den ihr ganz problemlos in kleinere und auch mittlere Köderfische entweder in strömenden Verhältnissen durch die Nasenlöcher oder in stehenden Wasserverhältnissen hinten durch den Rücken anködern könnt. Probiert es mal aus. Baut es zu Hause nach. Macht einen Heidenspaß, da immer weiter rum zu experimentieren. Und aktuell kann ich sagen, ich bin gespannt, wie es weiter läuft, aber die Waller hier im spanischen Dschungel stehen drauf und werden sicher gehakt. Und mir kommt es auch so vor, als ob ich weniger von dem Treibkraut am Köder sammle, weniger den Köder benetze, teilweise mit diesen kleinsten Krautpartikeln, wo ich mir dann schon sicher bin, wenn ein Algenfaden sich hier um den Haken legt oder an der Montage hängt bleibt, dass dann schon ein erfahrener Wels das irgendwo checken kann. Das ist definitiv mit diesem System minimiert. Und ich glaube auch, ich bin ja hier in dem Gebiet nicht der einzige Angler. Es ist ja hier schon durch den Tourismus auch zeitweise ein größerer Angeldruck. Wenn man ein bisschen seine Montage verändert, ein bisschen was anders macht, ein bisschen weggeht von den ganz herkömmlichen Dingen, die die Fische kennen, kann man definitiv immer mehr fangen als auf die altbekannten Methoden, die wir Angler kennen, die aber zeitgleich auch dann die Waller kennen. So, und jetzt bin ich gespannt, wie es weiterläuft. So, ich bin ja hier, ich bin ja hier, ich bin ja hier, ich bin ja hier. Das ist wirklich der Wahnsinn, tagsüber was hier abgeht. Musik Petri, schaut mal hier rein, komplett weggezogen, unsere Haarmontagen hier mit dem Wirbel, das geht wirklich gut, kleine Karauschen hintendran, so können wir krautfrei angeln, ganz wenig Haken, nur ein Einzelhaken, jetzt hier in dem Revier, kleine Köder, kleine Haken, große Köder, die Ghost Hooks, aber hier im Kraut, diese Montage läuft, Petri Heil. Ich bin schlecht bei Tisch. Musik 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 Das ist zu kalt und kalt. Das kann die Schwimmer lösen. Das kann die Schwimmer lösen. Die Wälse stehen bei Tageslicht jetzt in dem Kraut drin. Ihr seht ja die ganzen Montagen im Drill voll mit Kraut. Da lauern sie auf ihre Beute und da können wir sie abholen. Wahnsinn, wahnsinns angelnd. Geht sie heil. Geht sie dann. Achtung. Starker Fisch. Kurz vor der Dunkelheit jetzt kontrollieren wir alle Montagen nochmal durch. Ganz penibel, dass sich nirgendwo Kraut gesammelt hat. Das kann hier jederzeit passieren. Immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann kommen auch die Bisse. Alles safe, alles sauber. Die Sonne geht langsam weg. Die angenehme Zeit jetzt hier im Dschungel beginnt. Die Grillen zirpen. Und wir werden uns jetzt wieder ganz gespannt hinter die gespannten Wallerhuten setzen. Knicklichter und Glocken beobachten. Und uns jetzt mal was zum Abendessen machen. Tagsüber hat man so gut wie keinen Hunger. Man braucht nur Wasser eigentlich den ganzen Tag. Aber jetzt, jetzt gibt's Happa Happa. Und ich hoffe, die Wälse nach dieser krassen Fischerei heute tagsüber. Also ich kenne nicht viele Gewässer, wo tagsüber bei dem klaren Wasser die Waller so die Köder attackieren. Ich bin mal gespannt, ob sie heute Nacht auch noch Bock haben. Die angenehme Tageszeit beginnt jetzt hier im Dschungel. Die Sonne geht weg. Die Temperaturen gehen etwas zurück. Die Mücken und Fliegen kommen jetzt richtig raus. Aber die Nacht steht uns bevor. Und wir finden jetzt etwas Abkühlung. Jetzt ist es Zeit, die Routenspitzen scharf zu machen. Hier kommen unsere Knicklichter zum Einsatz. Und ich will euch mal einen kleinen Trick zeigen, mit dem ihr richtig Geld sparen könnt. Unsere Knicklichter hier leuchten locker zwei Nächte am Stück. Aber ich mache dann immer trotzdem nochmal einen Trick. Ich habe hier ein paar alte in der Hosentasche. Die waren jetzt zwei Nächte im Einsatz. Die sind jetzt komplett tot. Und wisst ihr, was ihr machen könnt? Damit ihr die nochmal eine dritte, vielleicht sogar eine vierte Nacht einsetzen könnt. Und einfach mit dem Feuerzeug ein bisschen heiß machen. Ganz vorsichtig. Ein bisschen erhitzen. Dann ein bisschen bewegen. Das sind Knicklichter. Die waren schon zwei Nächte im Einsatz. Jetzt kommt die dritte Nacht. Passt auf, dass ihr die Außenhülle nicht verbrennt. Ihr werdet es jetzt hier nicht erkennen. Ich probiere es euch mal zu zeigen, wie die Teile plötzlich wieder klimmen. Ja, wie die abgehen wieder. Sind wieder hell wie am ersten Tag. Also einfach nach zwei Tagen. Oder wenn das Knicklichthals seine Wirkung verliert. Kurz heiß machen ein bisschen. Ganz schnell. Und dann sind die Teile wieder einsatzbereit. Und gehen mit euch durch die Wallernacht. Probiert es aus. Fisch, 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 Fisch. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Kommt, komm, komm, komm. Dann fahren wir. Ich hoffe, ihr seid immer noch gut am Mitzählen. Denn ihr könnt ja die coole Banklamp von Wuben gewinnen. Wie viele Fische in beiden Videos gefangen werden. Tja, es geht hier Schlag auf Schlag. Komm, weiter. Doch, komm dann. Tschau. 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 Nämlich. Tschau. Ich habe die Flüssigkeit. Direkt aus dem Gras. Geil, das ist schon ein bisschen geil. Absoluter Wahnsinn, mitten aus dem Gras. Geil, das ist schon ein bisschen geil. Einen wunderschönen guten Morgen, ich zeige euch jetzt mal wie die Routen aussehen, wenn man sie zwei, drei Stunden mal nicht dann durchkontrolliert hat. Irgendwann muss man ja mal schlafen. Bis in die zweite Nachthälfte haben wir alles sauber gemacht. Jeden Grashalm penibel am Köder entfernt. Und jetzt hängt schon wieder eine ganze Ladung drin. Auch hier im oberen Bereich im Flachwasser wirklich ein Kampf gegen Windmühlen. In den Phasen, in kurzen Zeitfenstern bekommen wir gute Aktionen, eine richtig starke Frequenz. Aber dann wieder alles, alles voll mit Gras. Schaut euch das mal an. So Mädels und Jungs, alles hat ein Ende, auch der Dschungel Spaniens. Wir haben die Boote zusammengerafft, ballern jetzt runter ans Auto, alles wieder rein ronzen. Und dann freue ich mich auf ein paar erholsame Tage zu Hause auf eine kalte Dusche, auf eine Klimaanlage. Aber es war wieder der Wahnsinn. Und die Anzahl der Fische, da bin ich mal gespannt, wer es rausbekommen hat. Beide Videos hier von der Dschungel Expedition anschauen. Alle gefangenen Waller zusammenrechnen. Die Anzahl der gefangenen Fische unten in der Kommentarfunktion kommentieren. Reinschreiben, wie viele Fische waren es. Und dann könnt ihr die Wubenlampe gewinnen. Und weil ich jetzt kürzlich die 70.000 YouTube Follower überschritten habe, absoluter Wahnsinn. Ich bin wirklich komplett geflasht. Vielen Dank an euch alle dafür. Werde ich noch eine zweite Lampe draufhauen und in diesem Gewinnspiel verlosen. Viele Grüße hier aus dem Dschungel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ihr seid die Besten. Euer Stefan. Ciao, ciao. Ciao, ciao.